Heute stellen wir Ihnen aktuelle Daten vor von einem Advisory Board Covid-19 Impfung Safety Updates von Shimabukuru von der CDC, vom Impfsicherheitsteam. In den USA ist die Zahl der Meldungen von Myokarditis-Fällen nach dem Messenger-NA-Impfung gegen SARS-CoV-2 vor dem 13. Lebensjahr in den letzten Wochen gestiegen. Die Centers for Disease Control and Prevention wollen in den nächsten Wochen über das Weitervorgehen beraten. Die Einschränkungen erscheinen derzeit unwahrscheinlich, weil die Komplikationen in der Regel milde verlaufen. Vereinzelte Myokarditis-Fälle nach der Impfung jüngerer Menschen wurden zuerst aus Israel berichtet, wo ausschließlich der Messenger-NA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer eingesetzt wurde. Inzwischen berichten auch andere Länder von Fällen, die auch den anderen Messenger-NA-Impfstoff von Moderna betreffen. Wie jetzt auf einer Tagung der Arzneimittelbehörde FDA berichtet wurde, sind beim Vaccine-Adverse-Event-Reporting-System dem Vers, das beide Behörden gemeinsam betreiben, bis Ende März 789 Berichte über Myokarditis oder Perikarditis eingegangen. 488 betrafen die Vakzinen Cominati von BioNTech-Pfizer und 301 den Impfstoff Messenger-NA-1273 von Moderna, der anders als Cominati erst ab dem 18. Lebensjahr zugelassen ist. Von den 789 Myokarditis-Verdachtsfällen traten 475 bei Personen im Alter unter 30 Jahren auf. Die Symptome und Zeichen waren Brustschmerz, 296 Fälle, ein Anstieg der kardialen Enzyme, 284 Fälle, ST- oder T-Wellenveränderungen, EKG, 211 Fälle, Luftnot, 92 Fälle und abnorme Befunde in der Echokardografie oder anderen bildgebenden Verfahren. Insgesamt 226 Fälle erfüllen die derzeitige Falldefinition der CDC, wobei die Prüfungen der anderen Fälle noch nicht abgeschlossen sind. Von 285 Patienten, zu denen klinische Daten vorliegen, wurden 270 bereits wieder aus der Klinik entlassen. 15 befinden sich noch im Krankenhaus, davon 3 auf der Intensivstation, davon einer mit einem Body Mass Index über 40 und einer mit einer positiven Stuhlkultur auf Campylobacter. Von den 270 Patienten, die aus der Klinik entlassen wurden, haben sich 81% vollständig erholt. Bei den anderen bestehen noch Symptome oder Zeichen einer Myokarditis oder der Zustand der Patienten ist nicht bekannt. Die meisten Fälle, 573 von 789, wurden nach der zweiten Dosis gemeldet. Diese wurden mit der Zahl der zu erwarteten Myokarditiden in Beziehung gesetzt. Myokarditiden können bei jüngeren Menschen nach verschiedenen Virusinfektionen auftreten. In der Altersgruppe von 16 bis 17 Jahren lag die Zahl der beobachteten Fälle mit 79 deutlich über den erwarteten 2 bis 19 Fällen. In der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren standen 196 beobachtete Fälle, 8 bis 83 erwarteten Fällen gegenüber. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die CDC in der nächsten Woche die Myokarditis als eine mögliche Impfkomplikation einstufen wird. Die Häufigkeit könnte nach einer ersten Analyse des Vaccines Safety Data Clinic Projects, das die Daten von Klinikpatienten aussettet, bei etwa 16 Fällen auf eine Million Impfungen mit der zweiten Dosis liegen. Einen Eindruck von den Komplikationen liefen dann sieben Fallberichte, die in Pediatrics vorgestellt wurden. Alle sieben jungen Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren waren innerhalb von vier Tagen nach der zweiten Dosis von Combinatia an Symptomen einer Myokarditis erkrankt. Alle Patienten hatten einen erhöhten Troponinwert. In der Kardialmagnetresonanztomographie wurde eine späte Galuliniumanreichung beobachtet, die für eine Myokarditis charakteristisch ist. Alle sieben Patienten erholten sich nach wenigen Tagen. Drei Patienten wurden nur mit nicht-stereodalen Antirheumatika behandelt. Vier erhielten intravenötes Immunglobulin und Corticosteroide. Bei allen Patienten konnten Virusinfektionen einschließlich SARS-CoV-2 als Ursache der Myokarditis ausgeschlossen werden. Weiter Informationen und Ergebnisse in der sehr frei verfügbaren Präsentation von Tom Shima Bokuro von der CDC.